Wenn du deinen kleinen Finger nimmst, kannst du den weg machen und wieder dran machen. Du kannst den auch klein machen und wieder groß machen. Oder du kannst den auch einfach... Digga! So Leute, wir sind gerade im Zug, wir haben endlich mal jetzt eine Kamera gefunden. Wir saßen auf einem Sitz, da klebt glaube ich 50 Kilogramm Hacke und Wichse. Es ist 5 pro 14. Was machst du da? Wir sind dann in Köln, wir versuchen zu pennen oder so. Leute, guck mal, wir sind da, guck da, Gamescom. Wir haben es nach einer Million Jahren mal geschafft voran zu kommen. Digga, was ist das? Was ist das? Dichte Gamescom. Leute, guckt euch das an. Digga, überall. Ich spiele. Guckt euch das an. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Die Leute machen ein ganz kurzes Feed-Durchgang. Die Leute machen ein ganz kurzes Feed-Durchgang. WeChat, die Leute machen ein ganz kurzes Feed-Durchgang! Wir nehmen uns den Suchen an. WeChat, die Leute machen ein ganz kurzes Feed-Durchgang. Das war einfach spontan. Was geht ab YouTube? Alle Despo abonnieren. Kannst einen Zaubertrick vorführen. Warte, ich zeig dir, ich zeig dir besser. Pass auf, wenn du deinen kleinen Finger nimmst, kannst du den weg machen und wieder dran machen. Du kannst ihn auch klein machen und wieder groß machen. Alter Junge. Oder du kannst ihn auch einfach... Warte, 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 warte. Wie machst du das? Gut, abonniert mich, ich brauch die Abendslage. Yo Leute, was geht ab, Akras 36 habe ich da. Und wir sind hier gerade in der ShortTube Rexlash Launch. Und ja, lassen wir hier noch Playtitus kommen, Sturmi, also den alten Social Clank. Hier noch Unique Networks. Und ja, mehr ist hier eigentlich auch nicht. Leute, hier ist EA. Ach, ich war 17. Hier. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Ich ist der erste! Wer ist er? Ich! 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 Persön! Vorsicht! Engel, Neuer, Neuer. Ich! Hey Stefan, willst du vloggen? Vloggen? Auf jeden Fall schaut alle bei Despo vorbei. Abonnieren, abchecken Leute, wir sehen uns. Der Russack mit der kleinen Rucksack ist am Start. Tschüss hier gerade mit Despo auf jeden Fall. Wir machen gleich die Russen-Hockey und chillen einfach. Beste Zeit hier. Alles gut? Es gibt Fragen von jemandem. Ich habe als erstes eine Frage. Wie viele Gebäude gibt es im Spiel, die man anreifen kann? Wie viele? Ich kenne mich mit heute null aus. Den Mann hier auf der Bühne größtens wirfen, der halt einfach der Nightweiner ist. Meine Damen und Herren, Jungs und Mädchen. David Hassel! Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Ich durfte auch die Liste. Wie geht's? depuis keinen Fall war es! Wie geht's? Vor allem Moment. Orte leider war es noch nicht möglich. Ich durfte auch Hund snatch auf diesem Ausland, Ski eine Liste weitermus zu machen. Ich verstehe, wenn sage, sehr gut ist. Während wurde auf stubborn Zeit hier S lactobten. Nachmittag darf den S communities sein.